Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, ich begrüsse Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 4. Juni 2024. Alle reden mit allen über alles, was Sie direkt betrifft. Das ist das Erfolgsrezept der Schweiz und das ist bald einmal das Alleinstellungsmerkmal der Schweiz im westlichen Mitteleuropa. Ich vergleiche unser Land ja immer gerne etwas mit Deutschland. Es gibt da viele Ähnlichkeiten, vor allem zwischen der deutschsprachigen Schweiz und Deutschland, aber es gibt eben auch gewichtige Unterschiede. Und in Deutschland können wir beobachten, was passiert, wenn eine demokratische Gesellschaft auseinanderfällt, wenn eben die Leute nicht mehr miteinander reden, sondern wenn man sich nur noch mit Feindbildern gegenseitig torpediert, wenn sich da ganze Milieus in ihre Schützengräben zurückziehen und man nicht mehr sachlich diskutiert, nicht mehr bereit ist, sachlich einen bestimmten Sachverhalt, ein Thema in den Blick zu nehmen, sondern wenn es nur noch darum geht, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Diese Vermoralisierung, über die wir ja schon lange reden, die wir als Missstand schon vor längerer Zeit hier immer wieder an den Pranger gestellt haben gewissermassen, diese Moralisierung ist das ganz grosse Problem in Deutschland. Und wenn ich in Deutschland bin und mit Leuten rede, dann ist das ein Thema, das ziemlich schnell auf die Traktandenliste kommt, auch wenn man sich mit Journalisten unterhält, interessanterweise, denen fällt das natürlich auf. Sie spüren die Beklemmung, sie spüren auch, dass etwas nicht stimmt mit der generellen Richtung der Politik. Das Unbehagen vor allem ist sehr, sehr gross bei vielen Deutschen gegenüber dieser als kriegstreiberisch empfundenen Politik ihrer Regierung und der meisten ihrer Parteien. Das ist wirklich hochinteressant. Diese Stimmung bildet sich in den Medien eigentlich nicht so richtig ab. Aber wenn man mit den Leuten, auch mit den Journalisten redet, dann merkt man, dass hier eine Art Entkoppelung stattfindet zwischen dem offiziellen Diskurs und dem, wie die Leute denken und reden. Das ist auf der einen Seite erschütternd, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass hier eben doch ein Problembewusstsein da ist. Das bringt mich aber zur Schweiz, zur Verteidigung eben dieser Errungenschaft, dass alle miteinander reden. Wir müssen uns dessen bewusst sein und das ist wichtig, vor allem in diesen emotionalen, aufgepeitschten, kriegerischen Zeiten, wo die Politik sozusagen nur noch von Feindbildern, auch da ferngesteuert oder gesteuert zu sein scheint, da ist es sehr, sehr wichtig, immer wieder dagegen zu halten, die Diskussion, die Debatte zu erzwingen. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Am 1. Juni hat in Budapest, in Ungarn, eine riesige Friedenskundgebung stattgefunden. Hunderttausende, Hunderttausende von friedlichen Demonstranten sind da entlang der Donau spaziert und haben ihren Willen kundgetan, nicht in einen Krieg hineingezogen zu werden. Eine grosse Rede des Ministerpräsidenten Viktor Orbán, keine müde Zeile, konnte man bei uns darüber lesen, zumindest keine Zeile, die dem Geschehen angemessen gewesen wäre. Er sagte, wir werden kein Blut für die Ukraine vergießen, wir machen diesen Kriegswahnsinn nicht mit. Diese Kriegsekstase, das ist jetzt mein Wort, wir machen diesen Kriegswahnsinn nicht mit. Europa hat sich zerstört in zwei Weltkriegen. Nach dem Ersten Weltkrieg lag man da nieder und nach dem Zweiten hatte man sich verabschiedet von der Weltbühne. Die Selbstzerstörung in zwei Weltkriegen und Ungarn kann davon ein ganz trauriges Lied singen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Ungarn zwei Drittel seines Territoriums verloren und nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel des Territoriums und nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal 1,6 Millionen Menschen. Dann kamen die Gräuel des Kommunismus, des Bolschewismus, nachdem zuvor die Nazis dort gewütet hatten. Und die Ungarn, und davor habe ich grössten Respekt, haben hier natürlich ein ganz akutes Abgrundbewusstsein, ein Absturzbewusstsein aufgrund von Kriegen. Aber wenn ich in andere Länder hineinblicke, allem voran nach Frankreich, Deutschland, Brüssel, Europäische Union, dann ist davon überhaupt nichts zu spüren und das ist brandgefährlich. Und diese Politik, man muss es so nennen, es ist eine Art Elitenkriegsbegeisterung. Es ist nicht eine Kriegsbegeisterung der Bevölkerung. Die Leute wollen nicht in diesen Krieg. Sie sind gegen den Einmarsch der Russen in der Ukraine, sie möchten der Ukraine helfen, aber sie sind doch nicht bereit, nun gegen eine Atommacht hier sozusagen, einen Weltkrieg zu riskieren. Und das ist die vernünftige Haltung, aber es ist eine Vernunft, die sich eben in der Politik nicht abbildet. Warum? Weil eben das Gespräch, die Diskussion nicht ausreichend stattfindet. Das also, meine Damen und Herren, müssen wir unbedingt, müssen wir unbedingt verteidigen in unserer Schweiz. Gute Nachricht, der 15-Milliarden-Deal, Ukraine-Hilfe plus Armee-Aufrüstung, dieser unheilige, zwei völlig sachentgegengesetzte, geschäfteverbindende Deal, ist gestoppt worden durch den Ständerat. Die populistisch wendigen Mitte-Politikerinnen, Mür und Binder sind nicht durchgedrungen. Auch die Bundespräsidentin Viola Amherr, die da eine unrühmliche Rolle spielte, hat es nicht geschafft, da dieses Anliegen nun auf den Boden zu bringen. Die finanzpolitische, und man könnte auch sagen, die staatspolitische Vernunft hat da obsieg. Man will das Ganze empflechten. Und die Bürgerlichen setzen sich nun auch dafür ein, dass man die Verstärkung der Landesverteidigung, die Aufstockung des Budgets anderswo einspart, namentlich bei der Entwicklungshilfe. Das ist natürlich das Rationale, das ist das, was man in jedem Haushalt tun würde. Wenn Sie an einem Punkt mehr Geld ausgeben, müssen Sie es an einem anderen einsparen. Aber solche Haushaltüberlegungen, solche Milchbüchleinrechnungen, solche Rezepte des gesunden Hausverstands, die haben es gelegentlich in Bern im Bundeshaus sehr, sehr schwer. Kamala Harris, die glücklose Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika, kommt an die Bürgenstockkonferenz. Eine Bürgenstockkonferenz, die von immer mehr Menschen als eine Peinlichkeit, als eine weitere Gefährdung der schweizerischen Neutralität betrachtet, wird der ukrainische Präsident Selenskyj. Wenn Sie mich fragen, führt sich immer unmöglicher auf. Das mag aus seiner Sicht verständlich sein, aus der schwierigen Lage, in der er sich militärisch befindet, aber wir müssen das ja aus der schweizerischen Perspektive heraus beurteilen. Es ist einfach fahrlässig, sich hier heranzuhängen und eins zu eins gewissermassen zum willfährigen Diener dieser Seite zu machen. Ein Präsident Selenskyj, der auch nicht davor zurückschreckt, grösste Risiken einzugehen. Ich erinnere daran, vor einigen Jahren, Sie können sich erinnern, das war zu Beginn dieser Eskalationshandlungen in der Ukraine, gab es ja den Moment, wo eine Rakete auf polnischem Boden einschlug. Es war sehr schnell klar, dass es sich um eine irregeleitete ukrainische Abfangrakete handelte, aber Selenskyj beharrte, wieder besseres Wissen darauf, es sei eine russische Rakete gewesen, um hier eine Eskalation herauf zu beschwören. Ich meine, der Präsident wusste ganz genau, wenn er das sagt, dann ist das oder kann das interpretiert werden als russischer Angriff auf NATO-Boden. Polen ist ein NATO-Land mit entsprechenden Szenarien, hat sich einfach unverantwortlich benommen. Und wenn jetzt die Ukrainer Stellungen in Russland angreifen, Frühwarnsysteme des Nuklearabwehrschirms, ich meine, dann spielt der Mann mit dem nuklearen Feuer, mit dem Atomkrieg. Und das ist unverantwortlich. Und noch unverantwortlicher ist es aus Sicht unserer Regierung, dass man sich da dermassen an den Rockzipfel dieses Präsidenten Selenskyj hängt, der nun auch in Singapur, ich habe gestern bereits darüber gesprochen, ja den Eindruck einer Selbstherrlichkeit hier entwirft. Und ich erinnere daran, das hören natürlich all diese Mainstream-Leute nicht so gerne, auch in der Schweiz nicht, dass Präsident Selenskyj seit dem 21. Mai faktisch gar kein legitimes Mandat mehr hat, weil dann seine Amtszeit abgelaufen ist. Jetzt gibt es vermutlich Verfassungsbestimmungen in der Ukraine, dass man in einem Kriegsfall keine Wahlen durchführen lassen muss. Aber er hat eben die Wahlen nicht durchführen lassen. Warum nicht? Weil ich höre, weil ich lese, dass die Zustimmung für Selenskyj in der Ukraine bei mittlerweile etwa 17% angelangt sein dürfte. Das kann man nicht verifizieren. Das ist nicht eine objektive Tatsache. Aber es sollte uns doch zu denken geben, dass Selenskyj, dieser Champion der Freiheit, der Demokratie, der Verteidigung des Westens, wie er da fast heilig gesprochen wird, dass dieser Selenskyj zu Hause seine Wahlen nicht hat stattfinden lassen. Während der vielgescholtene, teuflische, bösartige, abgründige, grauenhafte, angeblich russische Präsident Putin seine Wahlen hat stattfinden lassen. Ja, Wahlen nicht nach dem Drehbuch der Schweiz oder eines anderen Landes. Aber hören wir doch einmal auf, so selbstzufrieden und selbstgerecht zu sein. Tatsache von aussen betrachtet, die einen machen Wahlen, die anderen machen keine Wahlen. Unsere Politik steht auf der Seite jener, die keine Wahlen machen. Das ist doch eine verrückte, eine verschobene Welt. Das merken die Leute auch. Und man versucht da ihnen einen Bären aufzubinden. Man versucht sie da ideologisch einzulullen. Das stimmt eben auch nicht. Und am Ende, die ganz grosse Gefahr, ist diese Kriegsgefahr. Und ich komme dann in der internationalen Ausgabe nochmal auf diese Friedenskundgebung in Ungarn zurück, die in unseren Medien absolut auf kleinster Flamme gekocht wird. Unsere Zeitungen feiern den Sieg der linken Kandidatin Claudia Scheinbaum an den Präsidentenwahlen in Mexiko. Das ist typisch. Linke Kandidaten können in den Medien immer auf routinierte, automatisierte Zustimmung hoffen. Bei Bürgerlichen, bei Rechten ist das dann etwas schwieriger. Der Tagesanzeiger, bleiben wir gleich bei dieser Zeitung, zieht natürlich die deutschen Hochwasser wie jedes Wetter Extremereignis als unumstösslichen Beweis für den katastrophischen, menschengemachten Klimawandel. Obwohl es nachweislich nicht mehr extreme Wetterereignisse gibt aufgrund des Klimawandels. Das betonen sogar die Leute von der ETH immer wieder. Aber unsere Medien sind apokalyptisch ergriffen gewissermassen und betonen diese Zusammenhänge, die es eigentlich gar nicht gibt. Das Ganze verbindet der Tagesanzeiger auf eine kreative Art und Weise mit einem Ausblick auf die bevorstehenden Europawahlen. Und dort schreiben die Kollegen, es werden die rechten, die rechtspopulistischen Kräfte zulegen. Im Titel verdichtet zur Formel, es gewinnt der Irrsinn. Soviel zur Bereitschaft der linksliberalen Journalisten, wie sie sich nennen, auch der politischen anderen Seite, eine gewisse Rationalitätsunterstellung zu machen. Diese Bereitschaft ist, wie wir sehen, sehr gering ausgeprägt. Es gewinnt der Irrsinn. Kamala Harris, darüber haben wir gesprochen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin bereits am Ende meiner heutigen Sendung Schweiz angelangt. Ich kann jetzt gleich auf die internationale Ausgabe verweisen. Bleiben Sie dran, ich freue mich und wünsche Ihnen jetzt schon einen wunderbaren, entspannten, guten Tag.